Jemand, der am Umdenken ist, ist Manuela Schwab aus Oberwil bei Buren. Sie hat sich entschieden, etwas über ein Hektar Futterhafer mit der Direktsaat-Methode anzupflanzen. Und zwar aus folgendem Grund. Die Hoffnung und Ziel ist, bodenschonend zu arbeiten, die Wasserspeicherfähigkeit des Bodens zu erhöhen. Und nicht so einen grossen Eingriff in den Boden zu machen, damit wir für die Zukunft gewappnet sind, wenn es mehr solche Tröhnungen geben sollte. Aber was ist Direktsaat? Bei dieser Methode fliegen die Landwirte das Feld nicht um, sondern stechen nur ein bisschen in den Boden und pflanzen so zusammen in die Erde. Das heisst, das, was von der letzten Kultur noch auf dem Feld liegt, bleibt auch drauf. Und das bringt Vorteile. Wie Hans-Peter Lauper weiss, der mit seinem Lohnunternehmen mehrere Jahre Erfahrung mit dieser Technik hat. Wir versuchen erstens bei starken Niederschlägen den Boden zu schützen. Und so zu schützen, dass es keine Erosion gibt und das Wasser nicht vom Feld abfliessert, sondern den Boden versichert. Und gleichzeitig, wenn wir den Boden bearbeiten, bei jedem Durchgang geht natürlich Wasser verloren. Und weil wir den Boden nicht bearbeiten, haben wir den Wasserverlust nicht. Hans-Peter Lauper hat diese Methoden auf dem Feld zu Weiler bis Seedorf jetzt schon rund 25 Jahre angewendet. Ein weiterer Punkt bei dieser Methode ist, die Regenwürmer überleben und können so den Boden natürlich bearbeiten und ein natürliches Abwassersystem graben. Wenn dieser Boden lebt und die Tiere im richtigen Ausgleich sind, dann hat er auch einen höheren Humus-Anteil. Und dieser Humus-Anteil speichert unter anderem auch Kohlenstoff, also CO2-Senkung kann man damit erreichen. Und bei diesem höheren Humus-Anteil geht auch der Anbau verschiedener Pflanzen einfacher. Es gibt aber auch einen Nachteil bei dieser Methode. Weil das Aukraut nicht mit dem Flug aus dem Feld kommt, muss die Chemie nachher helfen. Bis sich die Erde auf dem Feld von Manuela Schwab so weit wieder erholen konnte und die Vorteile ganz zum Tragen kommen, braucht es noch ein paar Jahre.